Okay, als nächstes beschäftigen wir uns mit einem sehr problematischen Influencer, dem sich Alicia Jo mal gewidmet hat. Und wo ich monatelang immer wieder darüber nachgedacht habe, wie ich mich dem Thema widmen kann. Und dann das Gefühl hatte, dass ich das Problem irgendwie von selbst legen würde. Aber das hat es nicht getan. Alicia hat sich jetzt mal an ihn rangewagt. Und ich bin sehr gespannt, was sie ausgegraben hat. Lasst uns da reinschauen. Seid ihr in den letzten Monaten über Videos wie dieses hier gestolpert? Hallo, die Damen. Ich habe Sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht zu nah gekommen. Cooler wäre es, neutral anzusprechen. Sie sind nicht zu nahe genommen. Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. Damit ich es fürs nächste Mal besser weiß, sage ich was? Hallo, liebe Menschen. Hallo. Hallo, liebe Menschen. Dürfte ich Ihnen, Euch eine Frage stellen? Wunderbar, genau. Mensch, so schnell kann man lernen, oder? Tja, also ich will jetzt nichts sagen, aber ich bin ja auch schon mal angeranzt worden dafür, dass ich das Wort Damen benutzt habe. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich selber nicht verstehe. Was hier natürlich betrieben wird, ist deutlich perfider. Wer sich im Internet auskennt und Memes sowie Zeitgeschichte verfolgt, weiß, dass diese Person jene ist, die sich damals für das Gendern mit Ns stark gemacht hat. Ah. Seht ihr? Und da kommt's. Da entstehen dann schon diese Zusammenhänge. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ns Käufens und Ns Einkaufskorb. Ich hatte sie damals auch kritisch und zynisch in meinem Gender-Video erwähnt, da ich das Gendern mit Ns genauso wie das Gendern mit Glottisschlag für unsinnig und wenig zukunftsfähig halte. Hinzu kommt, dass die Person in diesem Video sagt, die Moderatorin habe sie mit der Ansprache Hallo, die Damen, diskriminiert. Was bei der freundlichen Nachfrage der Moderatorin doch eine recht harsche Antwort ist. Wenn man dann noch die absurde Eiss-Situation, während man vor der Kamera interviewt wird, mit einbezieht, wirkt die Situation einfach grotesk und fast schon witzig. Ich muss auch zugeben, als ich den Clip das erste Mal auf Instagram Reels gesehen habe, habe ich auch gedacht... Da erwartet man ja jetzt nicht, dass es sich hier möglicherweise um eine politische Mission handeln könnte, die dahinter steckt, ne? Sondern einfach nur zufällige Begebenheiten, die skurril sind. Ach herje. Ja. Die üblichen Verdächtigen mal wieder. Was soll das mit dieser ganzen Wokeness noch werden? Auch als mir dieses Video hier das erste Mal vorgeschlagen wurde, musste ich unfreiwillig lachen. Fühlst du dich verantwortlich für das Leiden, was ihr Männer uns Frauen antut? Welches Leiden? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Hast du nicht das Gefühl, dass wir leiden wegen Männern? Also du leidest jetzt wegen Männern? Jede Frau. Jede Flinterperson. Aber warum sprichst du für alle Frauen? Ich glaube, ich kann eher für alle Frauen sprechen als du. Aber woher willst du wissen, dass ich nicht auch eine Frau bin? Der Moderator setzt die Person nämlich mit einem großen Widerspruch, der in Woken-Theorien vorherrscht, praktisch schachmatt. Denn zum einen heißt es in Woken-Theorien häufig, dass erstens Geschlechter wie männlich und weiblich lediglich sozial konstruiert sind. Ja, aber es wird halt von ihm jetzt vorausgesetzt, dass sie diese Überzeugung ist und dass dann eben das so nach außen dargestellt, als gäbe es nur Woke und Woke ist immer gleich das und deswegen ist es dann lustig. Also der Joke funktioniert grundsätzlich auch nur dann, wenn du der Überzeugung bist, dass es halt dieses Woke gibt und alle genau dasselbe glauben. Ja, also du musst schon, du musst schon diesen Weg gegangen sein bis zu diesem Punkt, dass du empfänglich bist dafür oder dich zumindest nicht damit auseinandergesetzt zu haben, was da dahinter steckt, sodass du dich sozusagen davon direkt abholen lässt. Wer sich als Frau identifiziert, ist ab diesem Zeitpunkt eine Frau. Gleichzeitig sagt man aber zweitens, dass alle Männer von Natur aus privilegiert sind und in einem patriarchalen System quasi schon als Sisten auf die Welt kämen. Genau diese zweite These scheint die interviewte Frau kurz vorher klarstellen zu wollen. Hast du nicht das Gefühl, dass wir leiden wegen Männern? Da sich der Moderator nun aber die dazu in Teilen widersprüchliche These eins zunutze macht und sich spontan als Frau identifiziert, fliegt dieses Logikloch, der Woke-Theorie, krachend auf. Und das ist für Zuschauer... Ja, also die Woke-Theorie existiert natürlich nicht, muss man dazu sagen. Das ist jetzt halt die Basis, auf der dieser Humor dann funktioniert. Zugegeben amüsant. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier mal sitze und Humor erkläre. Naja, so auch für mich. Da bin ich ganz ehrlich, ich fand das Video auf den ersten Blick amüsant. Ich finde es komisch, das Woke-Theorie zu nennen. Also speziell, wenn man bedenkt, dass vieles irgendwie sozialwissenschaftlich erforscht ist und dadurch ein gesellschaftlicher Ansatz, weil das so legitim. Nein, vor allen Dingen, weil man kann ja nicht sagen, das sind Woke-Theorien, weil das ist halt eine krasse Vereinfachung von dem, worum es hier insgesamt geht. Das sind halt so viele sozialwissenschaftliche Ansätze, die da irgendwie durcheinander fliegen und zusammengesetzt. Also es geht ja um die populistische Darstellung von dem, was diese Aktivisten meinen zu wissen. Und so kam es, dass ich mir die Accounts der beiden Creator, also ein Gollarn und der Account vom Ketzer der Neuzeit, die übrigens auch sehr oft zusammendrehen. Sag doch nicht Woke, sag doch linke Theorien. Wer sagt denn, dass das linke Theorien sind? Ich habe ein Video zur Kritik an Wokeness gemacht von links. Also du kannst nicht sagen, dass diese Theorien, die jetzt hier verallgemeinert werden, dass das linke Theorien sein müssen. Bei Videos mal genauer angeschaut habe. Naja, nach einigen anderen Videos war ich dann doch bitterlich enttäuscht. In einem meiner letzten Videos haben wir uns damit beschäftigt, wie sich manche Medien einer Woken-Twitter-Anzubiedern scheinen und damit den Diskurs vergiften. Dieses Video kam bei vielen meiner Zuschauer sehr gut an, hat aber auch viel Unmut produziert. Ich werde das Video nicht weitergucken, wenn die Scheiße hier losgeht. Wenn wir jetzt darüber reden, dann werde ich mir die Scheiße nicht mehr reinziehen. Das kannst du vergessen. Okay. Ich bekomme seither einige komische Nachrichten aus gewissen Ecken des Internets. Und deshalb habe ich mir überlegt, ja, also jetzt wo ich es mir mit der einen Seite verscherzt habe, kann ich doch gleich auf der anderen Seite weitermachen. Ich möchte heute mit euch über Anti-Woke-Influencer reden. Und damit das am Anfang ganz klar ist, mit... Gibt ja nur noch Links oder halt Rechenstreben, lol. Ja, ist so. Vereinfachung. Es ist auf der einen Seite immer gut, mit Vereinfachung zu arbeiten, um komplexe Systeme und Zusammenhänge zu erklären. Am Ende des Tages bleiben dann aber die Vereinfachungen leider hängen und dann wird es dieser Komplexität irgendwann nicht mehr, wird es dem einfach nicht mehr gerecht. Und dann fangen Leute an, auf Basis dieser Vereinfachung weiter zu diskutieren und sich Dinge zu erschließen und dann ergibt es irgendwann alles gar keinen Sinn mehr. Anti-Woke meine ich nicht Leute wie mich oder viele andere Creator, die zumindest versuchen, Wokeness sachlich auf einer logischen Ebene im Sinne der Aufklärung zu kritisieren. Ich meine einen anderen Teil des Internets, der meiner Auffassung nach Wokeness mit genau den Waffen zu schlagen versucht, die sie selbst nutzen. Die Argumente der Anti-Woken enthalten oft Fehler, Diskussionen werden stark geframed, an anderen Stellen gibt es eine gewaltige Doppelmoral und insgesamt führen diese Thesen einfach nur zu Spaltungen. Und das möchte ich euch heute einfach mal anhand einiger Ausschnitte der eben genannten Influencer aufzeigen. Beispielhaft, denn diese beiden Influencer, das muss man als... Also was man da vor allen Dingen, was ihr sicherlich auch seht bei den Bildern, ist natürlich so, dass sie ganz krass diesen provokanten Aspekt haben. Also dass sie ganz krass direkt Leute auf der Straße konfrontieren, die nicht darauf vorbereitet sind, vielleicht die in dieser Situation vermutlich auch nicht darauf vorbereitet sind, getrollt zu werden. Also er ist im Endeffekt ein rechter Troll, der dann das Highlight-Cutting von seinen Konfrontationen dann so zusammenschneidet, dass er als der witzige Gewinner dasteht. Die andere Seite, also meistens die LGBTQ-Community, als die ideologische, verbohrte, extremistische. Da wird im Endeffekt ein Weltbild gefüttert, das auf solcherlei Bestätigung Wert legt oder das braucht. Disclaimer ganz klar davor. Sagen sind auch einfach nur Beispiele. Es gibt viele andere Creator dieser Art, aber die beiden sind mit ihrem Gesicht zu sehen. Und die sind vor allen Dingen extrem erfolgreich, das muss man halt auch dazu sagen. Weil diese Videos, wo man andere trollt, die haben halt eine entsprechende Dynamik, die Leute, die sich halt gerne anschauen lassen. Die sind sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie machen und haben sehr, sehr viele Beispiele, deswegen die beiden heute im Fokus. Kann man aber natürlich auch auf andere Creator anwenden. Kapitel 1. Falsche Fakten und Fehler. Das allererste Thumbnail, welches mir sofort ins Auge sprang, als ich mir damals den Ketzer der Neuzeit genauer anschaute, war dieses hier. Bist du für die Transagenda im Kindergarten? Und auf dem Thumbnail abgebildet ist eine Dragqueen mit dem Wort Kindergärtner? Dem aufmerksamen Zuschauer fällt vielleicht schon, ohne das Video geschaut zu haben, auf, dass eine... Beim Ketzer merkt man den religiösen Einfluss sehr. Das ist der Punkt, also ich habe mir das natürlich auch alles sehr genau angeschaut. Zumindest ist der Aspekt Glaube sehr stark in den Vordergrund gestellt in einigen Beiträgen oder in seiner gesamten Appearance. Und die Frage ist natürlich, ob das wirklich so ist, also ob es wirklich der Glaube ist, der da die Rolle spielt, oder ob es am Ende nicht auch so eine Art Schutzschild ist, wie Jesus unser Schild ist. Es liegt da wohl auch einiges in der Familie begründet bei dem Herrn. Dragqueen tatsächlich keine Transperson ist. Drag ist eine abgewandelte Form der Travestie, also eine Kunstform, in welcher Darsteller bewusst, mit humoristischer oder künstlerischer Absicht, in die Rolle einer extravaganten Diva schlüpfen. Privat definieren sich Dragqueens aber sehr häufig trotzdem als Männer. So beispielsweise Deutschlands wohl bekanntester Drag-Künstler, Oliver Knöbel, aka Olivia Jones. Transpersonen hingegen sind keine Künstler, sondern meist Privatmenschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Häufig versuchen diese Menschen in das andere Geschlecht zu transitionieren, um ihren Leidensdruck zu reduzieren. Bekannte Transpersonen sehen dann beispielsweise so aus. Man sieht ihnen häufig eben nicht mal an, dass sie trans sind. Und sie machen auch meist keine großartigen Anstalten, dies künstlerisch über die Maßen zu betonen. Hier also von Trans zu sprechen und eine Dragqueen einzublenden, ist im ersten Schritt faktisch falsch. Und das ist, da könnt ihr sicher sein, das ist ein insane wichtiger Hinweis für sehr viele Leute, die diese Art von Videos feiern. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wenigen dieser Unterschied bewusst sein wird. Hinzu kommt, dass in diesem Video Menschen auf der Straße befragt werden, wen sie lieber als Kindergärtner hätten. Hide the Pain Herald aus dem gleichnamigen Meme oder eben besagte Dragqueen. Eine solche Umfrage kann man natürlich machen. Sie fußt aber überhaupt nicht auf echten Tatsachen. Also ich meine, ich glaube, Alicia möchte das natürlich korrekt machen und möglichst eben wenig Bias dabei sein, dass das, was der Typ da macht, nichts mit Fakten zu tun hat. Und dass es da um Problem da geht, das ist innerhalb weniger Sekunden mit Blick auf, also schon einzelne Videos, ziemlich, ziemlich klar. Also es ist jetzt nicht so, dass der versucht, das wissenschaftlich irgendwie aufzubereiten. Da geht es einfach nur darum, die Gegenseite zu trollen und zu provozieren und entsprechendes Material zu sammeln. Der Dragqueen handelt es sich nicht um eine Kindergärtnerin. Das Foto stammt aus einer einmaligen Lesung. Sollte uns am jetzigen Punkt nicht langsam egal sein, wer den Kindern das Lesen beibringt. Hauptsache es tut irgendjemand. Guter Kommentar addicted und trauriger Kommentar mit Blick auf unser Bildungssystem. Der Michelle Obama Neighborhood Bücherei in 2000. Verleihung und Verleihung müssen ein Feindbild erzeugen. Das ist auch keine Neuheit. Es geht wie immer um Kulturkampf. Und weil er eben eins der prominentesten Beispiele des Kulturkampfs im deutschen YouTube ist, hatte ich den schon Ewigkeiten auf dem Schirm. Aber ich muss auch sagen, ich hatte halt einfach auch null Bock, mich noch intensiver mit dem Typen auseinanderzusetzen. Das kommt auch noch hinzu. Das habe ich immer so ein bisschen aufgeschoben. Wenn ich dann meine Redaktionen aufgebaut habe, dann kann ich denen diese ganzen unliebsamen Aufgaben übertragen. Und ich lasse die dann die ganzen Videos gucken und die Informationen sammeln. Und dann muss ich mir diesen ganzen Scheiß nicht antun. Aber jetzt hat es Alicia gemacht. Auch nicht schlecht, ne? Kann man sie mal zurücklehnen und einfach draufreacten. Danke, Alicia. 2017, zwei Wochen vor Halloween. Dementsprechend trug auch nicht nur die Dragqueen Xoxi Mochi zu diesem Event eine extravagante Verkleidung. Nein, auch die Kinder waren eingeladen, verkleidet zu kommen. Also ich muss mal sagen, als Black-Metal-Fan ist das auf jeden Fall etwas, das auf einer Bühne extrem krass wäre. So dieses Headpiece. Und als Black-Metal-Fan kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein normaler Mensch davon extrem verstört ist, das zu sehen. Vor allen Dingen in diesem Zusammenhang. Also, hier geht es nicht um Transgender und hier geht es nicht um Kindergärten. Meinen Sie das Thema Transgender, LGBTQ-Dialität, ist das ein Thema direkt für den Kindergarten oder ist das zu früh? Auch das Thema sehe ich hier nicht gegeben. Zwar wurde das Foto teilweise in der Presse, wenn man das überhaupt als Presse bezeichnen kann, so geframed. Und tatsächlich handelt es sich aber auch hierbei um Fake News. Dragqueen ließ Kindern ein sexuell explizites Buch vor. Ja, die Quelle ist Conservative Fighters. Also das hat mit Presse nichts mehr zu tun. Das ist auch wieder nur eine andere Pomponente der Seite. Das ist faktisch falsch. Das Buch, was hier gezeigt wird, ist in keinster Weise sexuell explizit. Nicht mal im Ansatz. Also auf den gezeigten Seiten. Für mich ist Ketzer eine Kopie aus den USA, absolut. Der ist im Endeffekt so, wie man sich diese klerikalen Christen in Staaten vorstellt. Diese ultrakonservativen, orthodoxen Christen quasi. Nicht orthodox ist Quatsch, aber, na wie heißt's? Fundamentalen, die fundamentalen Christen, das wollte ich sagen. Die fundamentalen Christen in den USA, also das muss da einen Zusammenhang geben. So tief bin ich da aber nicht drin. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da eins zu eins Aussagen auch in den USA so kolportiert werden. Steht wortwörtlich, es ist okay, einen Wurm als Haustier zu haben. Und es ist okay, stolz auf dich selbst zu sein. Ich habe das Buch mal recherchiert und was soll ich sagen, es ist einfach ein Buch, das Kindern aufzeigen soll, dass es okay ist, anders zu sein. Und nicht mal in irgendeiner Weise anders zu sein. Nein, nein. Evangelikale, ganz genau, Sammuxel, das wollte ich sagen. Hier wird gezeigt, dass es zum Beispiel okay ist, im Rollstuhl zu sitzen. Oder dass es okay ist, große Ohren zu haben. Ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren nichts gesehen, was unproblematischer ist als das. Naja, it's okay to eat macaroni and cheese in the bathtub. Das ist schon sehr ungesund, Kinder. Deswegen, it's okay to say no to bad things. Say no to macaroni and cheese in the bathtub. Wir sehen einen. Das ist quasi nur eine Vorstufe von Toaster in der Badewanne. Der Toaster tritt langsamer ein. Aber er wird eintreten, wenn ihr das immer macht. Kleine Fehler und die Suggestion durch Wörter wie Trans und Kindergärtner zeichnen die Idee von einem Problem, welches zumindest in diesem Video überhaupt keine faktische Grundlage hat. Noch weniger faktisch fundiert wird es in dem Video, wie Musik unsere Kinder ruiniert, von ein Gollern. Hier geht es um die Musikindustrie und wie sie unsere Kinder negativ beeinflusst. Leider mit viel zu wenig Satanismus in den letzten Jahren. Also ich finde, da sollte man unbedingt mal nachbessern. Und schon mal an der Stelle ein kleiner Einschub von mir, weil sich das durch dieses gesamte Video ziehen wird. Natürlich kann man grundsätzlich darüber diskutieren, welchen Einfluss es zum Beispiel auf Jugendliche hat, wenn in Musikvideos dauernd mit viel Geld, mit schönen freizügigen Frauen und mit Drogen geprahlt wird. Da bin ich die Erste, die da sehr fleißig Kritik üben würde. Schwierig wird es, wenn in eine eigentlich... Wenn es für euch okay ist, setze ich die Geschwindigkeit mal hoch. Richtig der Debatte. Irrationale und absurd emotionale Theorien mit eingelebt werden, für die es keine faktische Grundlage gibt. So geht es im besagten Video auf einmal... Verschwörungstheorien. Na Mensch, logisch. Klar, klar. Also ich meine, Satanic Panic oder generell Moral Panics sind in den USA gang und gäbe regelmäßiger Natur, werden von der ultrakonservativen Seite oftmals auch genutzt und ins Leben gerufen, um die Menschen ein Stück weit auch zu kontrollieren. Also das ist ein sehr häufig eingesetztes, auch politisches Kampfmittel. Ich glaube, langsam entwickle ich Bock, dieses Video doch zu machen. Auf Basis dessen. Vielleicht mache ich es doch. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Um den Symbolismus der Freimaurer. Ich muss ein bisschen aufpassen, was... Ah, na herrlich. ...Video auf einmal, um den Symbolismus der... Ah, herrlich. Ja, ich musste mir das nochmal angucken. Ich bin da mit dem Auswendiglernen ein bisschen hintendran. Ich bin ja, seitdem ich bei Funk bin, bin ich ja jetzt auch bei den Freimaurern. Muss da ein bisschen aufsteigen in den Rängen, damit ich irgendwann den Illuminaten beitreten darf. Und erst dann kriege ich eine Sendung im Fernsehen, wisst ihr. Das ist immer so die Grundlage. Ich muss da noch ein bisschen auswendig lernen. Das kann ich nicht so gut. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber wenn wir uns genauer mit dem Symbolismus beschäftigen, dann haben wir Symboliken, die zum Beispiel auch von Freimaurern... Ich nutze dein Ironieschild, Entschuldigung. Meint ihr wirklich, dass ich da mein Ironieschild dazu brauche? Oh Gott. Vor allen Dingen wäre es ja noch viel gartiger, wenn das jetzt dann wiederum Leute aufgreifen, aus dem Kontext schneiden und dann sagen, guck mal, das... ...will übert werden und hat gesagt, der ganze ÖHR ist da verwoben. Wisst ihr, was das für lustige Reaktionen nach sich ziehen würde? Ach, das wäre so herrlich. Das wäre so herrlich, die alle so ein bisschen auszuspielen. Naja. ...verwendet werden, die... ...die hat einer gestanden, ja. ...die gezielt von eingeweihten Menschen, die darüber Bescheid wissen, was diese Symboliken bedeuten und auch Auswirkungen haben können, das sind Menschen... ...die diese Symboliken gezielt einsetzen. ...Quelle, vertrau mir, Bruder. Also, es werden zwar Quellen angegeben, aber keine, die auch nur in irgendeiner... Das ist halt der Punkt. Und deswegen sage ich immer, Leute, checkt die Quellen. Nicht in dem Sinne von, guckt mal, da sind Quellen, sondern guckt euch an, was das für Quellen sind und was da geschrieben ist. Und am besten guckt ihr euch noch an, wer die Quellen finanziert hat und wer da dahinter steckt. Bei US-amerikanischen Quellen ist es nämlich tatsächlich sehr wichtig, das sich anzugucken. Das ist hier in Deutschland nicht ganz so krass, aber in Staaten... Ja. Ich finde es übrigens ganz interessant, mal kleines Detail, was mir gerade auffällt. Ich weiß nicht, ob das so die Intention ist, aber sie hat im Endeffekt so ein bisschen den Farbcode der Hintergrundbeleuchtung als Nagellack. Hier haben wir das Gelb, dann das Blau so aus der Ecke und das Lavendel von unten. ...form, ganz genau das Belegen, was im weiteren Video von sich gegeben wird. Es gibt Symboliken, die jeder von euch da draußen schon mal gesehen hat und jeder kennt, zum Beispiel die Pyramide oder das allsehende Auge. Ich höre schon die Menschen, die jetzt sagen würden, hä, aber vielleicht ist das Zufall und jetzt ist es irgendwie cool, ein Peace-Zeichen zu zeigen oder so und so eine Geste zu machen. Und ja, vielleicht kommen Videos mit h***ten Frauen auch einfach besser an. Da möchte ich ganz klar sagen, klar, auch auf jedem Werbeplakat kommen h***te Frauen besser an. Finde ich aber immer noch besser als h***te, trans, falsches Thema. Es kann aber kein Zufall sein, dass jeder Künstler, jeder Musiker aus Deutschland, Amerika die gleiche Symbolik verwendet und das in jedem Video. Stars... Genau. Machen sie nur, um sich gegenseitig zu zeigen, dass sie nämlich auch Teil davon sind. ...wie Madonna, Eminem, Bob Dylan, David Bowie, all diese Stars und die haben da alle mitgemacht. Wait a minute! Also, als eine Person, die gefühlt die komplette Diskographie von Eminem auswendig kennt, kann ich... Die ist doch vorhin auch r*** drum gelaufen. Ich habe deren Bauch gesehen. Ey, sie hat... Sie weiß ja, dass das gut funktioniert. Hat sie doch gerade gesagt, dass sie es weiß. ...mit Fug und Recht behaupten, what the... Also, um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Weder in diesem Video, noch in diesem, 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 kommt derart Symbolik oder nach... vor. Ja, und hast du alle anderen auch gecheckt? Aber wahrscheinlich bin ich selber... Es reicht ja, wenn es einmal zu sehen ist. Einmal. Wenn er einmal das gemacht hat, muss er frei Mauer sein. Schon gebrainwashed von den Mainstream-Medien und der Musikindustrie. So. Was sind deine Quellen, Alicia? Hm? Und jetzt kommen vermutlich wieder die Leute, die auch unter dem Böhmermann-Video kommentiert haben. Ja... Ne, es werden vermutlich die anderen sein diesmal. Völlig normal, dass Leute mal Fehler machen oder sich mal im Ton vergreifen. Du suchst dir ja auch wirklich völlig gezielt einfach nur konkrete Beispiele raus, die es da gibt und hackst dann da drauf rum. Leute, in meinen Videos seht ihr... Du solltest ja auch Nagellack passend zu deinen Wandfarben drauf machen. Ja, Leute, das Problem ist ja aber, dass der sich... Also, die Farben verändern sich ja permanent. Da bräuchst du ja die gesamte Farbpalette. Ja, vereinzelte Beispiele, damit ich meine Videos nicht auf Spielfilmlänge ziehen muss. Aber, wenn ich solche Beispiele bringe, dann sind das eigentlich nie Einzelfälle. Und bei den beiden YouTubern, die wir heute thematisieren, ist das ebenfalls der Fall. Ich kann fast blind... RGB-Fingernägel, genau. Und LEDs unter die Zähne und alles, alles mit LEDs. ... auf ein Video klicken und permanent finde ich kleine Fehler oder... Die macht auch so viel Reichweite. Wir sind echt verloren, ey. ... Fakten, die nirgendwo begründet werden. Und komischerweise sind diese Unsauberheiten in diesen Videos immer nur zugunsten des eigenen Narrativs. Hier im Video Ich bin rechts zitiert ein Gollan einen Artikel über sie und Influencer-Kollegen, in welchem Folgendes steht. Es geht direkt volle Kanone los mit einem Zitat. Wir werden so... Wir werden so... ... über die... ... die uns einge... ... gebrainwashed wird. In Klammern steht cis, also dass es eine männliche Person gesagt hat, finde ich jetzt unnötig, das da reinzuschreiben, weil damit wird ja auch ein Zitat verfälscht, weil er hat ja nicht gesagt, reingebrainwashed, in Klammern cis wird. Er hat das nicht gesagt, also sollte man es vielleicht entweder dann hintersetzen oder man lässt es einfach... ... einfach, ja. Wir lassen es einfach. Ja. Nee. Das SICK steht... Hat sie das jetzt als cis vorgelesen? Also so quasi umgedreht? Was? Nicht dafür, dass die Person cis ist und das Magazin ihr dieses Label aufdrücken wollte. SICK steht beim Zitieren dafür, Der eigene Filter ist stark in ihr. ... dass die zitierte Person ein Wort benutzt hat, welches es in der deutschen Sprache nicht gibt, nämlich reingebrainwashed. Das ist grammatisch falsch, also SICK. Und das ist jetzt doppelt peinlich, wenn man da jetzt den Magazin einen Strick draus drehen will, wenn man sich selber häufiger über den Verfall der deutschen Sprache beschwert. Wenn ich dann Stanislavski-Vs oder irgendwas lese, dann lese ich das und ich sehe die Bilder und ich denke mir, Hammer, wie die Menschen damals schreiben konnten. Das würden wir alle hier nicht mehr hinkriegen. Und es ist so eine Farbe und es ist so schön. Und dann laufe ich durch Berlin und sehe dann an jedem zweiten Haus einen Regenbogenfaden und irgendwelche gegenderten Werbeplakate und denke mir, wo sind wir jetzt gelandet? Haben Sie ja auch eben gesagt, dass Sie schon mal Erfahrungen mit der Cancellung auf, da haben wir schon wieder die Anglistenz, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da würde ich jetzt eigentlich schon vorweggreifen zum Kapitel Doppelmoral. Also noch ein anderes Beispiel. Ich bin ja auch ein Freund von Veganismus. Klang jetzt auch nicht nach besonders intelligenten Wortbeiträgen. Also ich denke, das ist hier tatsächlich so diese Ebene, und dann sitzt sie da und liest dann irgendwelche Klassiker und bekommt dann Bilder im Kopf, weil da plötzlich Gedanken sich entfalten, die sie selber gar nicht denken könnte. Und das ist das, was sie dann so begeistert daran, dass es offensichtlich größere Geister gibt als den ihren, ohne dass sie dabei bemerkt, dass ihr Geist einfach nur verdammt klein ist und deswegen alles sie overwhelmed, um jetzt hier mal in diese furchtbaren Anglizismen zu verfallen. Daher hat mich spontan auch dieses Thumbnail hier angesprochen. In diesem Video geht es um karnivore Ernährung. Und auch hier sehen wir mal wieder ein schönes Beispiel für dahingestellte Tatsachen, die kaum begründet werden. Da ich dann zum Ende nach viereinhalb Jahren vegan richtig massive Milchprodukt-Gravings hatte und Fisch-Gravings, habe ich mir dann beim Bauern rohe Eier gekauft und die dann tatsächlich auch roh getrunken und ich hatte direkt innerhalb von wenigen Sekunden so ein gutes Körpergefühl, dass es für mich Beweis genug war, wie gesund einfach tierische Lebensmittel sind, wenn sie aus einer guten Haltung kommen. Sag ihr Eier, wir brauchen Eier. Ja, das ist anekdotische Evidenz. Also wenn ich mir ein Kilo Zucker mit Koffein reinkippe, dann geht es mir danach auch blendend, bedeutet aber gesundheitlich überhaupt nichts. Und auch solche Sätze hier 10 Tage lang nur Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und Honig. Und ja, wenn nicht roh, dann wird das Ganze mit Butter. Also Moment, warte, warte. Also auf der einen Seite Antitransport und dann Ernährungstipps. Ist das so das Einmaleins des neuen rechten Mannes, das hier gebaut werden soll? Also die Anlaufstelle für den einen Kumpel, mit dem man über sein Rechtsein reden kann? Weil man nämlich von der Gesellschaft, von der gebrainwaschten Gesellschaft unterdrückt wird und deswegen niemanden findet, mit dem man darüber sprechen kann. Und er ist sozusagen der Posterboy, die Anlaufstelle. Der, der alles richtig macht. Der, der geht auch pumpen und so und macht einen auf Körperkult und Reisen und Entrepreneur und alles Mögliche. Ich denke mal, das ist sein Konzept. Das ist sein Erfolgskonzept. ...statt mit Giftacker pflanzlichen Ölen gebraten... ...werden einfach in den Raum gestellt. Ohne Studienlage, ohne Erklärung. Also nochmal, wir können sehr gerne kritisch darüber diskutieren, wie gesund oder ungesund der Verzicht auf tierische Produkte ist. Auch hier bin ich die Erste, die das kritisch hinterfragen wird. Also ganz ehrlich, ich wäre nicht auf der Ebene, die Alicia hier versucht, ihn zu bewerten, wie sie jemanden bewerten würde, der legit mitarbeitet. Grundsätzlich tut er das nicht. Und ich weiß nicht, ob man das überhaupt, ob man diese Punkte überhaupt hervorheben muss. Von Sekunde eins schreit einem an, das ist ein Pro**er-Kanal. Und alleine zu debunken, wie manipulativ das alles ist, reicht schon, um zu zeigen, dass das alles andere als gesund ist, diesem Mann zu folgen. Aber dann doch bitte mit ein wenig mehr... Eben, diese Personen sehen wirklich nicht auf sachlichen Diskurs aus. Naja. ...Grundlage als dem persönlichen Wohlbefinden. Und um jetzt noch ein letztes, komplett spontanes Beispiel zu zeigen, was ich eben gerade erst hier beim Durchklicken gefunden habe. In diesem Video wird ein RTL-Format als Beispiel für se**er-Verrohung eingeblendet und danach wird dieser Satz gedroppt. Der Punkt ist, mit solchen Statements, so RTL 2 trägt zur se**er-Verrohung der Gesellschaft bei, das sind Sätze, damit kriegt man mich auch. So, und jetzt wird dann offensichtlich als nächstes ein Statement gedroppt, das sehr weit über diesen Punkt hinausgeht. An dem Punkt geht man noch mit, und das ist so dieses Einfallstor in solche Videos, in solche Beiträge, man geht mit, weil man das genauso sieht und dann geht's in diesen Sumpf rein. Wir leben in einer Zeit, in der wir selbst mittags am helllichten Tag nicht mal mehr den Fernseher für unsere Kinder anmachen können, denn dort könnten sie auch die Markte oder andere Körperteile sehen. Also, Bock auf mehr mit ihm hab ich jetzt nicht, ich hab ihn ja jetzt einmal gehabt, fand's ganz nett, so. Da kannst du eigentlich den Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Ich meine, wir zahlen immer noch alle, die GEZ-Gebühren und bezahlen dann den ganzen Spaß da auch. Sie hat nicht Zwangsgebühren gesagt, aber sie ist scheinbar dumm, weil RTL 2 hat natürlich mit GEZ nichts zu tun. Meine Fresse. Meine Fresse. Ich hab gedacht, das sind wenigstens irgendwie so richtig intelligente Menschen, die sich da was gedacht haben und die das jetzt so richtig strategisch durchziehen. Oder Moment, warte mal, vielleicht weiß ich's besser, aber mach das so, damit wir, ach so, ja, gut. Gut, das ist natürlich dann wieder 3D-Schach, ne? 4D-Schach. Noch? Ja, also wäre mir neu, dass Temptation Island und Co. jetzt auf den öffentlich-rechtlichen lauten. Aber das ist schon, das ist schon eine Ebene an Dreistigkeit, die man selten sieht, ne? Also, dass dann auch private Fernsehsender so darunter gezogen, darunter gesteckt werden, das hab ich bisher so gar nicht, noch gar nicht gesehen. Also das erfordert von den Zuschauern ein noch geringeres Intelligenzniveau, als ich bisher solcherlei Influencer von ihren Zuschauern hab erwarten sehen. Ich glaub, da wär mein Opa vor Schreck schon aus dem Fernsehsessel gekippt. Also die Verrohung von Privatsendern wäre ja fast sogar schon ein Argument für die Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich kann das alles nicht mehr, wo sind wir falsch abgebogen? Wir haben eine Mediengesellschaft, in der jeder Mensch alles nach außen senden kann, was er will und auch alles empfangen kann, was er will. Gatekeeping ist ein Problem, aber die komplette Liberalisierung von solchen Märkten auch. Und das ist das Ergebnis. Lassen wir das. Im gleichen Video wird auch dieses Buch hier eingeblendet. Papi, hast du ein Baby im Bauch? Und dazu dann das gesagt. Zum Glück kommen aber auch ganz wunderbare Kinderbücher auf den Markt, wie zum Beispiel Papi, hast du ein Baby im Bauch? Papi kann kein Baby im Bauch haben, weil Papi nicht schwanger werden kann. Die Frau kriegt das Kind und nicht Papi. Papi hat kein Baby im Bauch. Wenn man mal drei Sekunden recherchiert hätte, wüsste man, dass es in diesem Buch genau darum geht. Nämlich, dass Papi kein Baby im Bauch haben kann. Papis Bauch ist etwas dicker, weil er vielleicht gerne isst und das Kind wurde durch eine Leihmutter gezeugt. Aber diese Recherche hätte wahrscheinlich nicht ins Framing gepasst. Kapitel 2 Framing Framing passiert ja meist noch ein wenig unterbewusster als das, was ich euch eben in den Beispielen gezeigt habe. Heute darf man sich sogar Ritter nennen, wenn man gar keine Burg hat. Moment! Es heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht die Absicht habe, eine Burg zu bekommen. Ja? Man kann ja auch landlos sein und fahrender Ritter gab da einige, die eben nichts hatten außer ihr Gefährt, äh, ihr Pferd, meine ich. Ich habe ja auch nur meinen Gefährt, mit dem ich durch die Landen reite. Beim Framing gibt es keine grundsätzlich falschen Fakten, die genannt werden. Vielmehr wird versucht, Genau, ich hatte heute drei Burgen unter meiner Kontrolle kurzzeitig, dass man den Zuschauer durch zum Beispiel emotionale Wortwahl, das Weglassen von Informationen, starke Bilder oder Übertreibungen zu einer Sache überzeugt. Um euch Framing besser aufzuzeigen, gehen wir mal zwei Einleitungen von Videos vom Ketzer der Neuzeit konkret durch. Ich stoppe dann immer und schalte mich ein, denn es sind häufig nur kleine Nebensätze, wie man beim beiläufigen Gucken einfach überhören würde. Video 1, in dem ich die Einleitung bemerkenswert fand, ist, dass wie... Du meinst, wie die Ehrenvollen von Putlitz, die jahrzehntelang Berlin terrorisiert haben? Ja, Ehrenwert. Jahrzehntelange Terror gegen Berlin, Ehrenwert. Video, ich konfrontiere die größte LGBTQ-Party der Welt. Und das Ganze geht so los. Willkommen zu meinem wohlverstörendsten Drehtag seit Anbeginn meiner Arbeit. Das würde ich als Priming bezeichnen. Der Zuschauer wird schon mal darauf vorbereitet, dass das kommende jetzt extrem krass sein wird, wenn der YouTuber es hier schon so betont. Wenn also dann gleich die ersten Interview-Ausschnitte kommen, könnte man als Zuschauer schon dazu geneigt sein, den Typ auf YouTube, der eine Meinung vertritt, wie vor 30 Jahren noch als gesellschaftlicher Konsensgeist. Das würde ich als klassisches Framing Das ist wirklich der Eintritt in diese Welt. Von wegen, was wir hier besprechen, ist normal und die anderen sind unnormal. Zeichnen und es ist natürlich total generalisiert. Was genau meint er damit? Ich denke, er bleibt hier bewusst vage, damit jeder Zuschauer genau das an dieser Stelle rein interpretieren kann, was ihm persönlich passt. Ich muss hier gleich gehen, diese Anti-Berlin-Hetze hier. Jetzt zum Beispiel an das Gendern mit Glottes-Schlag denke. dann könnte ich auch sagen, da habe ich vielleicht eher die Meinung, die vor 30 Jahren Konsens war, nämlich, dass man so Ich habe einfach keine Zeit mehr in meinem Leben, um permanent über das Gendern zu diskutieren und darüber Diskussionen zu hören. Können wir dieses Thema nicht bitte endlich ignorieren, nachdem wir alle verstanden haben, dass es nur um Kulturkampf geht dabei? Warum? Nicht gendern muss. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an die Akzeptanz von Homologen Paaren in der Gesellschaft denke, dann habe ich, glaube ich, nicht die Meinung, die vor 30 Jahren Konsens war. Darüber hinaus muss man sagen, dass der Bezug auf die Vergangenheit eines der Argumente im Bingo der logischen Fehlschlüsse ist. Das Traditionsargument ist zwar einfach, bringt aber niemanden in einer Debatte weiter. Also es ist dieses typische, ja, also vor so und so viele Jahren hat man es ja auch nicht gemacht, wieso muss man es jetzt machen? Wir machen das so und so, weil haben wir schon immer so gemacht. Wenn wir uns allein auf dieses Argument als Menschheit immer berufen hätten, alles bleibt so, wie es ist, dann würden wir wahrscheinlich heute noch mit Speeren jagen und in Höhlen leben. Und wir hätten diese Diät, wo wir nur rohes Fleisch essen. So nämlich. Das ist ja das, was er möchte. Weil haben wir ja schon immer so gemacht. So, dann geht's ins Video. Und dann muss man jetzt die Frage stellen, wie war es denn, bevor wir diese Sperre hatten? Wie weit gehen wir zurück? Hier werden dann Leute interviewt. Über die Interviewtechniken könnte man eigentlich quasi nochmal ein komplettes gesondertes Video machen. Hierzu verweise ich gern auf eine Analyse von meinem Kannst du das auch so nicht. Aber das jetzt zu erklären, was konkret das wäre und wie das klingen würde. Also das würde man hinkriegen, aber dann säße ich jetzt eine Dreiviertelstunde, würde grübeln und hätte dann am Ende des Tages keinen Bock mehr. Es gibt Dinge in meinem Studium, die waren sehr spannend zuzuhören, aber wenn man dann praktisch selber was dazu machen sollte, dann war es die Hölle. Also dieses Modul habe ich sehr schlecht abgeschlossen, aber ich habe es abgeschlossen. ... ...kollegen biased skeptic. Er spricht gegen Ende viel über zum Beispiel Suggestiv-Fragen, aber auch logische Fehlschlüsse, die in diesen Straßeninterviews zu finden sind. Kommen wir zum Intro und somit auch Video 2 mit dem Titel Sollte Nach der Geburt legal sein? Also alleine die Frage, wo, wo leben wir? Wo leben die? Was? Ja, starke Bilder mehrere Dinge habe ich hierzu zu sagen. Es geht Es geht im gesamten Video auch um die klassische Postnatale bis zum 18. Lebensjahr. Ich meine, viele von uns überlegen sich das ja nochmal anders. So nach 5, 6 Jahren oder vielleicht 14. Vielleicht schleicht sich mit dem einen oder anderen der Gedanke ein, jetzt noch eine Absurde. Es ist natürlich klar, dass das absurd ist und im Endeffekt eine direkte Anspielung auf Mord. Hahaha, wie ironisch. Also der Titel ist hier natürlich so ein bisschen edgy, aber es wird eben auch generell über besprochen. Daher muss ich zum Intro sagen. Erstens, ein Fötus ist kein Baby. Dass man das hier gegenüberschneidet. Er ist halt Christ. Er ist halt ein fundamentaler Christ. Also vermute ich. Ja, ist jetzt nur eine Vermutung, dass es fundamental ist. Wie gesagt, ich bin da noch nicht tief genug drin, weil ich habe ja noch kein Video dazu gemacht. Und gemäß seines Glaubens ist er gegen also generell gegen und da sind diese Definition natürlich andere. Die ist quasi Framing nach Lehrbuch. Zweitens, der Typ in dem eingeblendeten TikTok sagt, ein Fötus sei ein Parasit. Ich vermute es einfach nur ein geldgieriger Schwachkopf. Diese Vermutung liegt auch nicht fern, ja. Was natürlich auch, wie soll ich sagen, ein massiv verdrehtes Argument von der Gegenseite ist. Aber gewisserweise wird es hier vom Kessel der Neuzeit schon in den ersten Sekunden Das ist halt dieses Passportotum. Wir haben einen Verrückten von der Seite und das ist die Meinung von allen Voken. Logisch. Das ist das, was ja auch verwendet wird, wenn er diese Straßenumfragen nimmt und dann die einzelnen Aussagen so darstellt, ins Licht rückt, als ob das sozusagen die Gesamtmeinung von allen Menschen ist, die einer anderen Meinung sind als er. ... als potenzielles Gegenargument und ich würde fast sagen als Strohmann etabliert. Was meine ich damit? Also ich denke, ein riesiger großer Teil der Pro-Choice-Anhänger, also Menschen, die sagen, die Personen, die betroffen sind, freigestellt, würde das vermutlich ... Kajanuk sagt, Zitat Alex, ich bin noch nicht tief genug drin, hab noch kein Video gemacht. Wieso lol? I don't get it? Was ist daran wichtig? Äh, witzig? Niemals so formulieren wie dieser Typ in diesem TikTok. Der Witz ist aus der Serie Haus. Ach, der hat einen Witz erzählt? Es ist noch nochmal anders. Der Typ hat einfach einen Witz erzählt und das wurde so dekontextualisiert, dass es gepasst hat. Solche Aussagen Wow, das ist ja insane. Komplett abgereisten Leuten ins Intro zu schneiden, das gibt dem ja noch einen völlig neuen Twist. Framed, den Zuschauer aber schon mal in Richtung, oh, guckt mal, das sind die Argumente der Gegenseite. Schau mal, wie plemplem die sind. Okay, weiter. Ja, jetzt werden hier ältere tanzende Kinder mit sentimentaler Musik gezeigt. Ist halt hochgradig emotional. Emotionalität ist aber Was mit den Umfragen hat Steuerung F ja in einem Metal Festival Video gemacht. Apropos, es ist April, gibt es jetzt endlich mal wieder Steuerung F Videos oder wie lang ist jetzt diese Winterpause? Es ist jetzt Sommer draußen, zumindest temperaturtechnisch. bei einer Debatte um wo wir teilweise über biologische Prozesse in Zellen diskutieren, nicht immer Winter is coming, das stimmt, das stimmt, Winter ist sowieso immer coming. Angebracht. Man kann sich natürlich entscheiden, diese emotionale Komponente auch mit in die Debatte reinzunehmen. Wenn man das aber tut, sollte man die Emotionen vielleicht auch auf beiden Seiten berücksichtigen. Sprich, man hätte hier zum Beispiel im Intro auch einen Abschiedsbrief von einer Mutter vorlesen können, die sich suizidiert hat, weil sie schwanger von einem Faktor war und nicht arbeiten durfte, um es einfach mal ganz drastisch als Gegenbeispiel zu machen. Für mich ist auch ein Grund, warum ich mich mit dem Ketzer nicht auseinander gesetzt hat, der, dass es halt einfach nur Kulturkampf ist und ich keinen Bock hatte, ihm mehr Aufmerksamkeit zu geben dadurch. Das ist auch so einer der Punkte, wo ich so vage mir unsicher war, wie ich da umgehen soll damit. Faktual, das mit Absicht. Also es ist ja noch nicht mal so, das ist so zeigen, damit ihr versteht, wie ich das meine. Also wenn man nur auf einer Seite so super emotional wird, würde ich das auch als Framing bezeichnen. Hat ja Bedeutung wie Hoss und Hopf. Also auf YouTube hat er eine größere Reichweite als Hoss und Hopf. Aber der Punkt ist, bei Spotify kann man schlecht einschätzen, wie ich mit diesen Zahlen. Gleiches Prinzip wie am Anfang, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber dann geht es ins Video mit einer absolut absurden These. In dieser Folge zwei australische Ethiker fordern in einem Aufsatz auch die Tötung von Neugeborenen zu erlauben. Also hier wird ein super überzeichnetes Ereignis als Einstieg genutzt à la schau mal also so weit könnte es kommen, wenn man legalisiert. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Im späteren Verlauf des Videos wird diese Aussage auch noch von dem YouTuber süffisant mit den Worten my body my choice kommentiert. Was ja eigentlich ein Slogan aus der Pro-Choice Bewegung ist. Das hat aber überhaupt nichts mit dem zitierten Aufsatz zu tun. Zumal es halt auch absolut nicht mehr der Buddy dieser Person ist, wenn die Neugeborenen draußen sind. Das widerspricht sich sogar. Da ist halt auch noch mal so ein krasser Logik-Feld drin, wo du denkst, Bro, was? Und und ich will und muss da ein deep dive machen, weil das auch ganz schön aufzeigt, wie eng Framing mit dem Weglassen von Informationen zusammenhängt und wie eng es somit auch mit Kapitel 1 verknüpft ist. In dem genannten Aufsatz, der übrigens von 2013 ist, also mittlerweile über 11 Jahre alt und auch damals schon heftig kritisiert wurde in der Breitmasse, geht es darum, ab wann ein Fötus oder Baby eigentlich eine Person ist und so ein wenig um die Frage, Moment mal, wenn wir Kinder bis kurz vor der Geburt abwarten können, warum dann nicht nach der Geburt? Besonders Ich bezweifle stark, dass er intellektuell in der Lage ist, so etwas zu lesen. Das Augenmerk wird in dem Aufsatz auf Kinder mit starken Behinderungen gelegt. Denn, das muss man dazu wissen, in einigen Ländern darf man Föten mit starken Behinderungen, also zum Beispiel Sonderregelungen, was den Zeitraum betrifft, sofern ein Kind eine größere mentale Belastung für die Mutter, nämlich zum Beispiel durch eine starke Behinderung, darstellt. Die Ethiker stellen also hier auch mal die hypothetische Frage in den Raum, Moment mal, was ist denn, wenn diese starke Behinderung erst bei der Geburt auftritt, zum Beispiel durch Sauerstoffmangel, oder wenn diese starke Behinderung erst nach der Geburt festgestellt wird, was ist da der Unterschied zu ganz ganz kurz vorher und ganz ganz kurz nachher. Man könnte gerade die ersten Sätze dieses Aufsatzes wohlwollend sogar als kritisch bezeichnen, wenn man es nämlich unter der Prämisse betrachtet, warum unterscheiden wir eigentlich bei zwischen gesunden und kranken oder behinderten Kindern und warum ziehen wir als Begründung für eine spätere die mentale Belastung der Mutter heran. Ich würde, um das einmal gesagt zu haben, diesem Aufsatz trotzdem nicht zustimmen. Und ich finde einige Passagen darin, besonders die Schlussfolgerung absolut fragwürdig. Aber es ist eben auch nur ein einziger älterer Aufsatz von zwei Ethikern, die sich einfach mal ein bisschen Gedankenexperimente im... Das ist halt auch der Punkt. Also gerade bei solchen Gedankenexperimenten geht es ja eben auch darum, in Richtung zu denken, die so vorher noch niemand gedacht haben, die tabuisiert waren und dann zu gucken, wo man bei rauskommt. Und wenn man am Ende dann feststellt, ja, es ist schon eigentlich, dann ist das ja auch legite mit, ne? Ja, etwas abgereisteren Spektrum gemacht haben. Und das ist für mich persönlich keine Grundlage für eine ausgewogene oder faire Diskussion. Vor allem, wenn man mit diesem Aufsatz so undifferenziert eine Passantin konfrontiert, die weder die Hintergründe kennt, noch den Aufsatz gelesen hat, noch überhaupt in irgendeiner Art und Weise Experte auf diesem Gebiet ist. Beim Zuschauer scheint dieses Framing Nach der Geburt diskutiert wird, verliere ich langsam echt den Glauben an die Menschheit einfach krank. Danke für deine Videos, mach weiter so. Und hier sieht man halt, wie wunderbar es geklappt hat, diesen einzelnen absurden Aufsatz von 2013 zu nutzen, um Menschen aufzuwiegeln. Also ich kann jetzt auch sagen, oh, also 2018, da hat ein Forscher der University of Oxford, der es anscheinend witzig fand, untersucht, was passieren würde, wenn die Erde durch ein gleiches Volumen dicht gepackter, aber unkomprimierter Blaubeeren ersetzt würde. Ich habe ein bisschen Bock, das zu lesen, actually. Ich hoffe, sie hat mehr gelesen als nur das Abstract. Das ist nämlich auch immer so ein common Fehler bei Leuten, die dann sowas zitieren. Ist mir vielleicht auch schon ein oder zweimal passiert. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Doppelmoral ist das einfache Wort für das, was ich im folgenden anhand von Beispielen aufzeigen möchte. Vielmehr geht es eigentlich um Logiklöcher, die mir in der Argumentation besagter Influencer auffallen. Als Doppelmoral bezeichne ich es deshalb, weil konsequente Logik meiner Auffassung nach immer nur dann angewendet wird, wenn es der eigenen, meist stark rechts konservativen Position zuträglich ist. Oft werden sehr starke Prämissen für die anderen gesetzt, die dann aber später für die eigene Argumentation nicht mehr gelten. Was meine ich damit? Hier mal ein konkretes Beispiel. Wir bleiben beim Thema Auffassung Im Video Eure Kinder werden Queer Auffassung ist ein Golan auf dem Marsch des Lebens. Was ist denn eigentlich ein Golan? Was ist das für eine Maßeinheit? Wie rechnet man das um? Eine Demonstration von Pro-Life Aktivisten. Die sind größtenteils gegen Auffassung. Als Zuschauer wird auch schnell klar, dass ein Golan und ihr Kollege mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Ansicht teilen, dass Auffassung eben auf die Idee, dass Auffassung Mord ist. Jetzt gibt es ja viele Christen, die sagen würden, aber dann hätte man vorher drüber nachdenken sollen, mit wem man eine Beziehung und eine Verbindung eingeht, wo ein Kind stehen kann. Aber ihr würdet kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr das Kind irgendwo umbringt? Fakt ist, ob wir es uns sagen wollen oder nicht, irgendwo bringen wir das wahrscheinlich doch das Kind um, weil es hätte irgendwann ein echtes Lebewesen sein können. Alleine über diese Grundannahme kann man definitiv streiten. Ich sehe das komplett anders. Das ist aber in diesem Fall hier gar nicht mein Punkt. Wenn ein Gorlan jetzt logisch konsequent wäre, dann würde sie diese Grundannahme und dieses Argument jetzt für jegliche Art von Schwangerschaft anwenden. Tun sie und ihr Kollege aber nicht. Wir können jetzt sagen, ich bin pauschal gegen Aber ich glaube, man sollte schon noch Luft lassen für ein, zwei Ausnahmefälle. Wenn ich mir als Frau vorstelle, ich bereue nichts. Kannst du bitte aufhören, während der Streams zu masturbieren? Wäre nett von dir, danke schön. Wir versuchen, das professionell durchzuziehen. Das schlimmste, was mir vorstehen könnte. Daraus wird sogar ein Kind entstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Ich muss sagen, ich bin generell auch gegen die Abwaltung. Aber in so einem seltenen Fall, wie eine Fertigung, da weiß ich nicht, wie da als Frau reagieren soll. Wahrscheinlich könnte ich es dann am Ende doch nicht übers Herz bringen. Aber naja, so ist es. Das macht logisch einfach keinen Sinn. Also du kannst nicht in deiner Argumentation immer aber sagen, ja Moment mal, aber wenn das Kind durch eine Ver*****ung entstanden ist, ja dann sollte man das doch können. Warum ist es dann kein Mord mehr? Das Kind kann ja in der Theorie nichts für die Ver*****ung. Warum steht die Entscheidungsmacht der Frau jetzt in Ja Moment, sie hat das ja nur angebracht, das ist ja noch perfider. Sie hat das angebracht, weil das das Gegenargument ist, weil niemand sagen kann, dass man da nicht wirklich in moralische Zwickmühle gerät und sie sagt dann, ich würde es dann trotzdem nicht übers Herz bringen. Also sie hat dann auch noch diese zutieft emotionale und moralisch echt knifflige Situation genommen und dann auch nochmal mit ihrer eigenen Perspektive ausgelöscht. Deswegen hat sie das gemacht. In diesem Fall doch wieder über dem Gott gegebenen Leben des Kindes. Also versteht ihr, was ich meine? Ich teile diese beiden Hat Alisa die Bibel nicht gelesen. Gott ist in seinen Ansichten auch nicht konsistent. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Feinde vernichtet werden. Das habe ich von Gott gelernt. Feinde müssen komplett vernichtet werden. ...prämissen nicht von Gott gegeben und Mord. Aber wenn man diese Prämissen als Grundannahme hat, dann ist danach zu sagen, ja, Moment mal, weil Kinder, die durch Feinde entstanden sind, ist das anders, logisch komplett inkonsequent. Da ist es logisch konsequenter zu sagen, was auch ich sagen würde, nee, Abtreibung ist nämlich kein Mord und daher darf man alle Schwangerschaften bis zu einem gewissen Zeitraum beziehungsweise Entwicklungsstand des Embryos oder der Zählen. Liebe deinen Nächsten. Ja, aber der sagt ja nicht, liebe die, die mir ein bisschen ferner sind. Du sollst nur die lieben, die dir nahe sind, nicht die, die dir fern sind. Alle anderen auslöschen. Das ist der liebende christliche Gott. Ein weiteres schönes Beispiel finden wir in diesem Clip. Hier geht es um Transpersonen, deren Lebenssituation mit denen von Feinde vernichten ist aber auch nur postnatale Massenabschlussung. Okay, Leute, wir müssen hier noch mal ganz kurz dieses Schild hochhalten, weil wir jetzt glaube ich wieder in Bereiche kommen, die normale Menschen nicht verstehen. So, das ist jetzt hier schon wieder so ein richtiger, weiß nicht, so ein Talk habe ich auf Black Metal Festivals mit Leuten, ironisch. Ich weiß, hier sind viele von euch auch aus diesem Umfeld, wo solche Dinge nicht falsch verstanden wären, aber für den Rest des Internets möchte ich jetzt noch mal sagen, ja, wir sind hier auf einer ironischen Ebene unterwegs. Magersüchtigen verglichen wird. Ja, ich finde den Vergleich, der jetzt kommt zwar hart, aber irgendwo fair, nämlich mit Magersucht. Du hast eine psychische Störung, wo du sagst, okay, du bist viel zu dünn, obwohl du 43 Kilo wiegst und sagst jetzt, okay, ich muss unbedingt Fett verlieren. Dann müsste man jetzt sagen, ja, okay, du identifizierst dich als noch dünner, so nach dem Motto, dann können wir dir ja jetzt eine Fettabsauge Option anbieten. Das würde man natürlich nicht machen und genauso ist es ja auch bei Menschen, meiner Meinung nach. Was? Und soweit ich das weiß, ich bin ja kein Experte, aber gibt es auch von der Krankenkasse bezahlte Fettabsaugung in psychischen Fällen? Ich glaube, so was gibt es sogar, ne? Auch wenn das schon wieder nicht mehr das ist, worauf er eigentlich hinaus will. Dieser Vergleich ist halt auch logisch überhaupt nicht stringent. Er vergleicht Trans mit Magers Was? Mach bitte kein Video zu dem. Seht ihr, das ist der Punkt. Was ist die Basis von so einem Video? Was wäre die Basis? Zumindest, wenn wir den aktuellen Stand der Wissenschaft zu Rat ziehen. Zunächst einmal ist eine der Prämissen falsch. Also eine magersüchtige Person hat eine Essstörung und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Wahrnehmungsstörung. Ach, er will auf die Geschlechtsdysmorphie hinaus. Was den eigenen Körper betrifft. Betroffene Personen sehen sich eben häufig dicker, als sie in Wirklichkeit sind. Bei einer Transperson hingegen ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers meist nicht gestört in dem Sinne, als dass sie ihren Körper anders wahrnehmen, als er ist. Im Gegenteil. Gerade bei Personen mit Geschlechtsdysphorie wird ja ganz klar wahrgenommen, dass man zum Beispiel ein Geschlechtsteil besitzt, mit welchem man sich nicht wohlfühlt. Hinzu kommt, dass auch die Also man muss diese Aussage erstmal ausführlich analysieren, um zu verstehen, auf welchen Ebenen die alle dämlich sind. Ist das anstrengend? Um Gottes Willen. Konsequenz der beiden im Video verglichenen Situation nicht gleich ist. Wird einer magersüchtigen Person noch zusätzlich Fett abgesaugt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass diese Person durch diesen Eingriff stirbt. Wird eine Geschlechtsangleichung bei einer Transperson vorgenommen, ist dieses Risiko alleine durch die OP schon mal deutlich geringer. Und es gibt auch eine hohe Zahl an vermutlich richtig diagnostizierten Transpersonen, die nach dieser Operation eine extrem verbesserte Lebensqualität verspürt. Man kann jetzt natürlich wissenschaftlich auch mal hier reingehen genauer ins Thema und darüber diskutieren, wie ist das eigentlich bei Geschlechtsangleichung? Das haben wir jetzt noch nicht so lange. Gibt es da Langzeitstudien? Gibt es da vielleicht auch Komplikationen, Probleme oder Herausforderungen? Man kann auch über Fehldiagnosen reden und so weiter. Das darf man diskutieren, natürlich. Aber dieser einfache Vergleich mit Magersucht, sorry, der hinkt. Und gerade wenn man sich die aktuelle Lage der Wissenschaft anguckt, dann würde ich sogar behaupten, der hinkt komplett. Also der ist falsch. Kapitel 4 Spaltung Konservativ zu sein, das ist in erster Linie etwas wertneutrales, wenn man das so sagen kann. Es ist eben eine Weltanschauung, die stark an Tradition und der Bewahrung der gewohnten gesellschaftlichen Ordnung interessiert ist. Im Volksmund bezeichnet man diese konservative politische Einstellung auch gerne als rechts, weil eben... Warum geht Alicia nicht auf die Motive von Kötze ein? Sie kratzt doch nur an der Oberfläche. Naja, das ganz große Kulturkampfthema ist, ist halt... Da musst du halt ein ganz großes Fass aufmachen. Vielleicht kommt da noch Teil 2 oder vielleicht mach ich's jetzt noch, wenn das noch offen ist, das Thema. Also wenn, ist das ja ein Thema, was ich ganz gern mach. Ich muss auch mal drüber nachdenken, aber ach, ich bin echt hin und her gerissen, Leute. Könnt mir ja mal eure Meinung kundtun. Eben diese Art Parteien, vereinfacht gesagt... Vielleicht hat sie ja noch 10 Minuten. Gut, ja, auch so. Stimmt, es ist ja auch ein wahnsinnig langes Video, vielleicht kommt's ja jetzt noch als quasi letzte Stufe. Auf der rechten Seite des Parlaments sitzen. Das war zum Beispiel schon früher in Frankreich so. Meiner Meinung nach ist es völlig okay und absolut legitim, wenn sich Menschen über ein gewisses Thema Gedanken machen und dann zu dem Schluss kommen, dass sie diesbezüglich konservative Ansichten haben. Wo es für mich komisch wird, ist, wenn das konservative Weltbild vorbestimmt, welche Gedanken man zu einem gewissen Thema haben wird. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich führe es nochmal aus. Wisst ihr, dieser Part des Videos ist jetzt wirklich nur private Meinung. Als ich die ersten Clips vom Kessel der Neuzeit und von allen Gollern in die Timeline gespült bekommen habe, also diese viralen, die ich euch am Anfang gezeigt habe, die ich ja auch in Teilen witzig fand, da habe ich gedacht, okay, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder es geht immer nur in eine Richtung. Es geht nie in die andere. Es geht immer nur in die. Das sind junge, erwachsene Leute, die wirklich richtig kritisch eigenständig denken und somit die ein oder anderen logischen Fehlschlüsse von woke aufdecken. Was? Wie gesagt, dieses ganze Woke-Thema finde ich kritisch heruntergebrochen. Hatte ihr ja am Anfang schon gesagt. Ja, generell wunderbar ist, kritisch denkende Menschen, die auch logisch konsequent handeln. Das ist eine tolle Bereicherung für den Diskurs. Oder aber, das könnte jetzt auch passieren, wenn ich mir die Videos von denen genauer angucke, es sind vielleicht einfach nur Ideologen von der anderen Seite. Was meine ich damit? In den USA gibt es, vereinfacht gesagt, seit weit über 100 Jahren zwei politische Lager, da dort in der ... vereinfacht gesagt, seit ... Democratic Republican. So hieß das also. Okay. Ja, okay, wir kommen jetzt zu dem Kulturkampf-Thema. Sie hat es als letztes noch drin. Weit über 100 Jahren zwei politische Lager, da dort in der Praxis aufgrund des Wahlsystems quasi nur zwei politische Parteien um die Mehrheit konkurrieren und darum kämpfen, wer den Präsidenten stellt. Die Democratic Party auf der einen Seite, die Republican Party auf der anderen. Dementsprechend ist es in den USA häufig so, auch natürlich total vereinfacht gesagt, dass sich die beiden Parteien der Democrats und Republicans in ihren Ansichten konträr gegenüberstehen. Denn wenn die eine Partei die eine Meinung zu Thema XY abbildet, dann ist es ja einfach nur... Ja, aber das auch nur bei einzelnen Themen, also den sogenannten One Issues, für die es dann eben entsprechende Voter gibt, das ist bei dem einen die Aktion, bei den anderen die Gun Laws, dass sie sich grundsätzlich überall gegenüberstehen, stimmt so nicht. ... dass die andere Partei sich um die Wählerstimmen der gegenteiligen Meinung bemüht. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass CNN und Fox News genau diese beiden politischen Lager medial nochmal reproduzieren und verstärken. Und das alles. Ich weiß nicht, ob ich CNN als das Gegenstück zu Fox News bewerten würde. Das geht auch zu weit, Leute. ... bildet sich natürlich auch in der Gesellschaft ab. Es gibt stark progressive Strömungen, welche in Wokeness gipfeln können und wiederum stark konservative Strömungen, welche in Anti-Wokeness gipfeln. So bezeichne ich die beiden Seiten. Seit Trump-Biden sehe ich da keine One-Issues mehr, nur noch rein Machtkampf. Gestern erst einen Artikel zu dem Thema gelesen, was sind die relevanten Zielgruppen und man hat bei Trump beispielsweise junge afroamerikanische und lateinamerikanische Männer und bei beiden sind es Frauen mit einem Abschluss. Das sind die kritischen Wählergruppen, in denen sie gerade richtig Zuwächse haben, aber auch brauchen, die dann am Ende wahlentscheidend sein könnten. Also es ist halt auch nochmal eine gewisse Klientelfrage. Jetzt einfach mal. Für mich wären extrem konservative Ansichten von US-Amerikanern beispielsweise die radikale Ablehnung von Abwechslung jeglicher Art, das Verfechten von Fleischkonsum um jeden Preis, die Missbilligung von Ehe und Familie für homosexuelle Paare, der Protest gegen Veränderung der Sprache oder das Hochhalten von Tradition und Religion. Da komme ich jetzt auch nicht einfach so drauf. Das ist einfach, wenn man sich zum Beispiel republikanische Politiker in den USA anguckt, was die öfter sagen und wie die zu gewissen Themen stehen und auf der anderen Seite, wenn man sich Democrats anguckt, wie die zu gewissen Themen stehen. So, warum mache ich überhaupt diesen ganzen Exkurs? Worauf will ich hinaus? Wenn jetzt jemand in Deutschland all diese amerikanischen Right-Wing-Ansichten oder ein Großteil dieser Ansichten wie eine Blaupause übernimmt, dann hat das für mich immer ein ganz komisches Geschmäck. Okay, also da sind wir jetzt am Kern des Themas angekommen. Wisst ihr, auch ich sehe zum Beispiel Dinge wie das Gendern kritisch oder halte nichts von Frauen oder Diversitätsquoten in Unternehmen. Das könnte man als konservative Ansichten bezeichnen. Auch wenn ich persönlich der Überzeugung bin, dass ich meine Position hierzu rational und liberal begründen könnte. Auf der anderen Seite halte ich zum Beispiel überhaupt nichts von diesem übermäßigen Fleischkonsum, den es in unserer Gesellschaft gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass Frauen bis ja zumindest irgendwie ungefähr der 14. Woche uneingeschränkt das Recht auf A***** haben sollten. Und ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Also nicht mit diesen konkreten Ansichten zum Thema A***** oder whatever. Nein, nein. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Menschen, die bei dem einen Thema eher konservative Ansichten und bei dem anderen Thema eher progressive Ansichten haben. Wenn man das überhaupt politisch so einordnen will. Denn wie gesagt, man kann auch durch andere Dinge zu einer politischen Einstellung zu einem Thema kommen. Außerdem haben wir in Deutschland zum Beispiel auch den Luxus, zwischen mehr als zwei Parteien wählen zu können. Und wir sind laut Reporter ohne Grenzen in der Rangliste der Pressefreiheit immerhin 24 Plätze Naja, aber es ist halt auf dem absteigenden Ast, was die Pressefreiheit angeht. Vor den USA. Was ist also das Problem, was ich bei Kanälen wie den eben kritisierten sehe? Das Problem ist, sie locken mit logischen und witzigen Videos. Man kann nämlich zum Beispiel die Wokeness zu Recht als Widersprüche aufzeigen oder absurde Auswüchse dieser Theorien ins Lächerliche ziehen. Allerdings gehen diese Creator meiner Auffassung nach weiter, so dass am Ende, so empfinde ich das, jegliches Streben nach weniger Theismus, nach weniger Diskriminierung und nach mehr Vielfalt als irgendwie lächerlich abgetan. Nee, es ist ja nicht nur lächerlich, wie das dargestellt wird. Ah, okay, das geht jetzt am Kulturkampf doch wieder haarscharf vorbei, fürchte ich. Ja, wir gucken mal weiter. Wird. Darüber hinaus werden Ideen geteilt, die genauso logisch inkonsistent sind, wie jene, die sie in anderen Clips auf der Woken-Seite scharf kritisieren und enttarnen. Sofern sich die Ideen und Theorien aber im rechtskonservativen Spektrum befinden, wird auf einmal mit viel weniger Rationalität, mit viel weniger Logik oder Wissenschaftlichkeit gemessen und meistens auch viel mehr Framing angewendet. Was mich persönlich vermuten lässt, dass die die guten Argumente gegen Woke vielleicht nur gut auswendig klärend sein könnten. Denn ganz ehrlich, wer kognitiv dazu in der Lage ist und das ist ein hohes Niveau, ein Logikloch in der Debatte um Gender wirklich ad hoc in dem Moment zu enttarnen, der müsste eigentlich auch in der Lage sein zu verstehen, dass es eben nicht exakt das gleiche ist, einer magersüchtigen Person Fett abzusaugen oder einer Transperson eine geschlecht... Moment, 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 warte mal, ich muss da noch mal ganz kurz... viel mehr Framing angewendet. Was mich persönlich vermuten lässt, dass die guten Argumente gegen Woke vielleicht nur gut auswendig gelernt sein könnten. Denn ganz ehrlich, wer... Nein, Moment. Die Begründung, warum es sein kann, dass er sozusagen dieses Logikloch findet, was jetzt nicht besonders schwer zu finden ist, wenn man eben auf dieser konfrontativen Ebene unterwegs ist und es runter bricht auf die Woke, dass das der Fall ist, ist deswegen beobachtbar, weil dieser Mann Projekte betreibt. Es geht ja nicht darum, dass er logisch irgendwie was argumentiert oder was auswendig gelernt hat, sondern es gibt diese Projekte, die ganz genau weiß, wie sie mit den möglichen Antworten umgeht und wie sie das in die Rolle zwingt und in die Richtung bewegt, dass es am Ende so aussieht, als ob man auf der logischen Ebene triumphiert. Also es geht um nichts anderes als Projekte, nicht um Aufklärung, nicht um irgendwie eine drollige Behandlung des Themas. Es geht ausschließlich um Projekte. Kognitiv dazu in der Lage ist, und das ist ein hohes Niveau, ein Logikloch in der Debatte um Gender wirklich ad hoc in dem Moment zu enttarnen, der müsste eigentlich... Das hat mit enttarnen nichts zu tun, das ist das falsche Wort an der Stelle. Auch in der Lage sein zu verstehen, dass es eben nicht... Und er ist in der Lage, das zu verstehen, er weiß das ganz konkret. Oder er ist wiederum nur der, der von jemandem, der es ganz genau weiß, gebrieft ist, das so zu glauben, dass es so ist. Kann natürlich sein. Vielleicht ist er nur das Sprachrohr und nicht der, der das aufbereitet. Möglich. Vielleicht will sie das damit sagen, mit dem auswendig gelernt. Und ich habe es jetzt einfach nur falsch verstanden. Gleich ist, einer magersüchtigen Person Fett abzusaugen oder einer Transperson eine geschlechtsangleichende OP zu ermöglichen. Ich habe es in meinem ZDF Magazin Royale Video gesagt und ich werde es auch heute wieder sagen. Die Alternative zu woke ist nicht rechts oder anti-woke. Versucht Alicia Joan nun zu erklären, dass sie mittig ist, weil sie weiter rechts noch andere Influencer gefunden hat. Das ist jetzt aber eine sehr gemeine Interpretation. Ich finde das schon sehr gut, dass sie das gemacht hat, ja. Die Alternative zu woke und zu anti-woke sind Wissenschaftlichkeit, Rationalität und wirklich ergebnisoffener Diskurs. Lösungsvorschlag. Bitte geht jetzt nicht hin und hängt blind unter den von mir besprochenen Profilen. Erstens, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, sind es zwei stellvertretende Beispiele von ganz, ganz vielen. Und zweitens haben wir uns ja eben damit beschäftigt, dass man jede Aussage, jede These und jede Äußerung einzeln bewerten kann und sollte. Mein Wunsch ist immer, dass ihr als meine Community versucht, Medien kompetent zu bleiben. Also ich sage jetzt das mal, was Alicia sich nicht sagt, mal ganz wertfrei, das sind Profilkanäle. Flaggschiffe des Kulturkampfes auf YouTube Deutschland. Das ist nicht, weil sie jetzt irgendwie zufälligerweise darüber gestolpert sind oder zufälligerweise eine andere Meinung haben. Aber auf der anderen Seite bei den Dingen, wo sie offensichtlich Bescheid wissen, dann plötzlich gar nichts mehr wissen, die treiben Profilkanäle voran mit dem, was sie dort tun. Und das ist nichts, wo man jetzt hier irgendwie über Lösungsvorschläge sprechen kann, weil es gibt nichts, wo man sich an den Verhandlungstisch setzen kann. Das ist meines Erachtens auch viel weiter weg als Hopf und Hoss. Und da bin ich mit diesem Verhandlungsvorschlag rangegangen, weil ich der Meinung war, hier könnte man vielleicht einen Twist in ein etwas besseres Fahrwasser hinbekommen. Hier bei diesem Beispiel sehe ich das komplett gar nicht gegeben, denn der Ansatz ist von Anfang an Kulturkampf, ausschließlich Kulturkampf, nichts anderes. Und euch nicht von irgendwelchem Lagerdenken beeinflussen lasst. Dass ihr aufmerksam werdet, dafür zu verstehen, welche Annahmen eine Person hat und welche Schlüsse sie daraus zieht. Ob diese Schlüsse logisch oder unlogisch sind und ob ihr diese teilt oder nicht, je nachdem, welche Annahmen ihr habt. Obwohl das hier keine Verdachtsberichterstattung ist und ich es juristisch nicht machen müsste, habe ich Eingollern und Ketzer der Neuzeit, wie auch dem Magazin Royale in dem damaligen Video, die Möglichkeit gegeben, zu einigen der wichtigsten Aussagen in diesem Video Stellung zu beziehen. Die Antwort von Ketzer der Neuzeit blende ich euch jetzt ein. Wow. Er hat ja auch noch ein Kompliment für das Böhmermann-Video ausgesprochen. Aua. Unterhaltung für Erwachsene durch das ein Begriff, zum Beispiel durch die non-binären Queeren-Track-Künstler. Der Spannenderweise immer öfter von vielen. Ja, wow. Ein Gollarn hat mir nicht geantwortet. Wenn ihr jetzt noch was zu diesem Thema loswerden wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also wir lügen und das ist auch gut so. Ja, wir brauchen keine Wahrheit, weil wir kein Wahrheitsministerium sind. Haaa. Wow, Alter. Es gibt keine Fakten. Alles ist immer anpassbar. Ich finde das geil, wenn man auf Orwell geht und sagt, wir wollen kein Wahrheitsministerium sein. Fakten stellen sich am Ende vielleicht nicht als Fakten heraus. Und da zeigt sich, er zitiert hier aus 1984 oder er spielt auf 1984 an, ohne zu verstehen, was das Wahrheitsministerium gemacht hat. Das Wahrheitsministerium hat die Wahrheit immer genauso angepasst, wie es gerade passend war. Und das ist das Gegenteil von dem, was er jetzt in seiner Antwort gesagt hat. Im Endeffekt will er das Wahrheitsministerium sein, weil er sich seine Fakten immer genauso anpassen möchte, wie es ihm gerade passt. Herzlich willkommen. Sie haben sich gerade selbst ausgespielt. Oh Mann, ey. Das war lustig. Das war noch wirklich noch ein kleiner, netter Joke zu Ende des Videos. Ach, das hat mich jetzt noch ein bisschen mit Freude erfüllt, dass es sich da selbst noch völlig ohne Not ein Bein gestellt hat. Naja, Leute, vielleicht habe ich ja irgendwann mal muße, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Was ist eure Meinung zu dem Video? Würde mich mal interessieren. Also meine Meinung habe ich euch ja jetzt so ein bisschen aufs Auge gedrückt. Also ich hätte mich gefreut, wenn es dieses Kulturkampfthema einfach nur aufgegriffen hätte. Auch wenn sie erst so in diese Richtung geschlenkert ist, wollte sie es, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Aber das ist ja nicht schlecht. Das lässt mir ja dann vielleicht doch noch ein bisschen Spielraum.